Wie zahle ich bei der Vivi App aus? Das werden wir heute zusammen einmal klären und ich werde dir auf jeden Fall zeigen, wie du Schritt für Schritt deine Gems aus der Vivi App rausholen kannst und zum Beispiel auf deinem Bankkonto bekommen kannst oder zum Beispiel auch auf dein Kryptokonto. Willkommen on board, ich bin es, dein Captain, dein Vivi OG und heute mit diesem sehr wichtigen Thema natürlich mit dabei. Ich habe es jetzt endlich mal geschafft, dazu auch ein Video zu machen und ich würde sagen, wir starten in dieses wirklich sehr wichtige Thema auch direkt rein. Bevor das ganze Video aber beginnt, muss ich ganz klar sagen, ich habe an dieser Stelle diese Transaktion selber noch nicht durchgeführt. Das hat aber einfach den Grund, dass ich persönlich einfach auch keinen Grund sehe auszuzahlen. Es gibt aber viele Leute, die schon bestätigt haben, dass das Ganze auch wirklich funktioniert und dementsprechend kann ich das Ganze hier wirklich zu 100% verifizieren und ich werde dir jetzt aber trotzdem hier anhand des Medium Artikels zeigen, wie das Ganze Schritt für Schritt funktioniert. Was sehr wichtig ist, wenn du auszahlen möchtest, ist, dass du das Ganze über die Web App machst. Und das Ganze ist nicht über die normale App sozusagen auf eurem Handy verfügbar. Ihr müsst euch in der Web App anmelden und das Ganze ist hier die App.vivi.me. Und dort meldet ihr euch dann einfach an und dann geht ihr unter Profil einmal hier natürlich auf eure Settings und dann habt ihr hier drüben das Feld Payout. Dort klickt ihr einfach mal drauf und ihr seht jetzt schon, ich habe hier das Problem, ich habe natürlich keine 1000 Gems. Aber wir gehen das Ganze jetzt einfach mal trotzdem durch. Wie gesagt, ihr müsst dann halt hier auf jeden Fall auswählen, was für ein Amount ihr auf jeden Fall erstmal wählen müsst. Was ganz wichtig ist, ihr müsst, wenn ihr auszahlen wollt, eine Mindest Balance von 1000 Gems besitzen. Aber ihr müsst natürlich dann nicht 1000 Gems auszahlen. Ganz wichtig, ihr müsst diese 1000 Gems einfach nur als Sicherheit hinterlegen und insgesamt könnt ihr bei 100 Gems Auszahlung starten und dann natürlich aufwärts. Das Ganze ist bis 50.000 Gems pro Woche verfügbar und wie gesagt, ein Minimum von 1000 Gems muss auf dem Wallet existieren, um dann wirklich auszahlen zu können. Das gilt auch nicht einmalig, das muss sozusagen, wenn ihr auszahlen wollt, müssen 1000 Gems vorhanden sein. Ansonsten funktioniert das nicht. Wenn ihr dann hier euren Amount eingetragen habt, dann müsst ihr natürlich unter Payout-Typ überhaupt erstmal euren Typ auswählen, was ihr überhaupt jetzt auszahlen wollt. Zum jetzigen Zeitpunkt, dem 14.11. ist momentan noch das Crypto-Payout wieder gesperrt. Das heißt, ihr könnt das momentan nicht machen. Wir werden das aber ganz kurz ankratzen, dass du auf jeden Fall auch hier einen kleinen Plan bekommst, wie das dann wäre, wenn Crypto-Payout wieder da wäre. Ihr könnt hier auswählen zwischen Bitcoin, Ethereum, zum Beispiel dem internationalen Banktransfer, das heißt dem ganz normalen Transfer, dann auf dein Sparkassenkonto, zum Beispiel USDT oder auch Binance USD. Ja, ihr könnt dann, wie gesagt, hier auswählen. Wir machen das Ganze jetzt aber natürlich mit dem normalen internationalen Banktransfer. Dann wählt ihr das Ganze aus und müsst dann hier drüben natürlich bei Choose Account entweder euren Account, den ihr schon sozusagen benutzt habt, auswählen oder dann in dem Fall, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, einen neuen hinzufügen. Dort müssen natürlich dann wichtige Dinge, wie überhaupt die Währung erstmal angegeben werden. Hier ist es natürlich ganz wichtig, dass ihr natürlich eure Währung am besten angebt, in dem Fall Euro oder wenn es nicht anders geht, USD bzw. US-Dollar, dass das dann einfach umgerechnet wird für eure Bank. Dort kommen aber dann tatsächlich auch nochmal Umrechnungsfees auf euch zu. Dann müsst ihr natürlich hier noch einmal eure Details dazu schreiben, das heißt, euren Namen ist natürlich ganz wichtig und dann natürlich die ganz normalen Daten, wie auch bei jeder Überweisung in etwa, die Banknummer, den SWIFT bzw. die BIG-Nummer, dann natürlich den Banknamen und natürlich, wo eure Bank sitzt. In dem Fall Deutschland oder dann Österreich, Schweiz, whatever. Wenn ihr jetzt einen neuen Account hinzugefügt habt, dann landet ihr hier. Ansonsten, wenn ihr einfach den alten Account ausgewählt habt, dann landet ihr hier auch. Und hier habt ihr dann sozusagen nochmal das Payout Review. Hier wird euch nochmal alles zusammengefasst, was ihr sozusagen angegeben habt. In dem Fall seht ihr jetzt schon hier, wir haben einmal die Payout Request bzw. 1000 Gems, die ihr sozusagen jetzt auszahlen wollen. Die Payout Fee beträgt immer 10%. Das ist aber tatsächlich nur, wie gesagt, die Fee auf jeden Fall für uns, die einfach generell anfällt. Jetzt kommen aber natürlich auch noch Umrechnungsgebühren mit dazu. Wie gesagt, das hängt dann auch ein bisschen natürlich von dem Euro-Dollar-Kurs ab. Also es sind sehr, sehr viele Faktoren, deswegen kann man das jetzt pauschal so nicht sagen. Aber 10% Fee fallen immer an, das ist ganz normal, einfach für den Payout Provider. Und wie gesagt, dann werden wir jetzt hier sozusagen bei 900 US-Dollar, die wir sozusagen auszahlen können. Hier drüben wird natürlich auch nochmal dann das Ganze zusammengefasst. Insgesamt 5 bis 10 Business-Tage kann diese Überweisung dauern. Es kann natürlich auch schneller gehen. Dadurch, dass wir natürlich von USD beziehungsweise von einer amerikanischen beziehungsweise neuseeländischen Firma auscashen nach Deutschland, kann das Ganze ein bisschen länger dauern. Aber es hängt auch immer natürlich davon ab, wann ihr das Ganze macht. Wenn ihr es natürlich Freitag macht, ja dann kann es natürlich irgendwann auch erst Montag, Mittwoch, Freitag vielleicht ankommen. Also es kann dann einfach ein bisschen länger dauern. Also deswegen macht euch da keine Sorgen. Wie gesagt, 5 bis 10 Tage werden es auf jeden Fall in etwa immer sein. Und wenn das natürlich alles stimmt, dann geht ihr hier natürlich auf Widraw und dann wird das Ganze euch ausgezahlt. Und das war es im Prinzip jetzt auch schon mit diesem normalen Payout, wie ihr es zum Beispiel bei einem Bankkonto bekommt. Und jetzt gehen wir einfach nochmal ganz kurz Schritt für Schritt durch, wie es wäre, wenn ihr das zum Beispiel nach Krypto beziehungsweise in Krypto umtauschen wollt, wie zum Beispiel Bitcoin, Ethereum oder auch zum Beispiel USDT. Dafür gehen wir natürlich ganz normal wieder über den Payout-Button und wählen dann hier einfach zum Beispiel Bitcoin aus und geben hier oben natürlich unser Payout-Amount erstmal von 1000 Gems an, die wir auszahlen wollen beispielsweise. Dann gehen wir natürlich wieder hier auf Next und hier müssen wir dann sozusagen alles Mögliche angeben, zum Beispiel dann wirklich auch unsere Bitcoin-Adresse. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und dann sehen wir hier auch schon, hier fällt auch wieder eine Payout-Fee von 100 Gems an und insgesamt werden wir jetzt hier sozusagen Bitcoin im Value von 31.420 US-Dollar erwerben. Hier muss man natürlich nochmal alles gegenchecken, ist das auch wirklich Payout-Typ Bitcoin, ist das wirklich die richtige Adresse und so weiter und so fort. Ja und es können natürlich auch hier wieder unterschiedliche Fees anfallen, wie zum Beispiel hier natürlich auch nochmal für das Bitcoin-Netzwerk selber. Deswegen, ihr seht ja zum Beispiel hier einmal dieses Beispiel, zum Beispiel zahlen 1000 Gems aus, zahlen natürlich 10% auch wieder an viel. Das gilt für Krypto wie auch für den normalen Banktransfer und dann kommen zum Beispiel auch nochmal 0,75% für Bitcoin dazu. Das heißt, dass wenn dann 7,50 Dollar und im Endeffekt würdet ihr dann sozusagen, je nachdem natürlich auch wie die Gas-Fees sind, dann in etwa 892 US-Dollar rausbekommen aus 1000 US-Dollar, die ihr sozusagen eigentlich ausgezahlt habt. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, das ist ja ganz schön viel. Ja, das ist auch ganz schön viel, muss man ganz klar sagen, aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall hier eine Möglichkeit, wirklich auch sein Geld aus der App rauszubekommen. Ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft vielleicht nochmal etwas billiger wird, aber das ist auf jeden Fall der momentane Stand, den wir hier haben. Und das war es jetzt an dieser Stelle mit dem ganzen Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like und schreib unten in die Kommentare, ob dir das ganze Video wirklich weitergeholfen hat. Wenn du noch weitere Fragen hast, in die Kommentare damit. Und wenn du in Zukunft auf jeden Fall nichts mehr verpassen möchtest zum Thema Vibi und auch zum Beispiel Ikomi, dann abonniere auf jeden Fall sehr gerne meinen Kanal, denn so verpassest du auf jeden Fall keine weiteren News und wichtigen Videos zu diesem Thema. Ansonsten würde ich aber sagen, ich bedanke mich bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir daraus noch einen wunderschönen Morgen, wieder guten Abend. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao. Vielen Dank.